Nummer 5. Dieser Fahrradträger für das Autodach ist die ideale Lösung für den sicheren und bequemen Transport von Fahrrädern auf Reisen. Er ist sowohl für Erwachsenen als auch für Kinderfahrradrahmen geeignet und kann Rohrahmen mit einem Durchmesser zwischen 22 und 43 mm aufnehmen. Dank der Möglichkeit mehrere Fahrradträger in Reihe zu montieren, können mehrere Fahrräder gleichzeitig transportiert werden, wobei der Vorteil darin besteht, dass die Lenker für eine bessere Stabilität ausgetauscht werden können. Die mitgelieferten verstellbaren Gurte ermöglichen eine sichere und stabile Fixierung der Fahrradräder in den beiden Trägern. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 4. Der Dachfahrradträger ist die ideale Lösung für den sicheren Transport Ihres Fahrrads während Ihrer Autoreisen. Dank des Gabelbefestigungssystems ist er perfekt für Rennräder und Mountainbikes und somit für jede Art von Ausflug geeignet. Er ist auch für Fahrräder mit Scheibenbremsen geeignet. Die kratzfeste Pulverbeschichtung der Schiene garantiert Langlebigkeit, während die rostgeschützten Beschläge für mehr Wetterfestigkeit sorgen. Dank seiner einfachen Montage kann er ohne Werkzeug befestigt werden. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 3. Dieser Dachfahrradträger ist das perfekte Zubehör für Zweiräder, ob für kurze oder längere Fahrten. Er ist für alle Arten von Fahrrädern geeignet und lässt sich leicht und ohne Schlüssel auf Dachträgern mit einer Breite von bis zu 55 Millimetern montieren. Seine solide und widerstandsfähige Konstruktion, die bis zu 150 Kilogramm getestet wurde, garantiert Sicherheit und Stabilität beim Transport. Die übergroße Radauflage und die Sicherheitsgurte bieten zusätzlichen Schutz für Ihr Fahrrad. Dachreling nicht enthalten. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 2. Der Pero-zu-Dach-Gepäckträger-Modell-Uni-Bike ist eine ausgezeichnete Wahl für Zweiradfahrer, die ihre Fahrräder sicher und zuverlässig transportieren wollen. Der mitgelieferte Sicherheitsgurt mit rostfreien Schrauben sorgt für eine stabile und starke Befestigung, getestet bis zu einer Belastung von 150 Kilogramm pro Gurt. Für zusätzlichen Schutz ist der Fahrradträger mit einem Fahrradschlüssel mit Zubehör ausgestattet, um Diebstahl vorzubeugen und für zusätzliche Sicherheit während der Fahrt zu sorgen. Die Struktur, die aus robustem Stahl gefertigt ist, bietet eine maximale Kapazität von 15 Kilogramm pro Fahrrad. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Der Thule ProRide Dachträger ist die perfekte Lösung für den sicheren und effizienten Transport Ihres Fahrrads. Dank seines einzigartigen Designs passt sich der Rahmenträger problemlos an die Rohre Ihres Fahrrads an und minimiert so das Risiko einer Beschädigung des Rahmens während der Fahrt. Darüber hinaus sorgt die Radablage für eine automatische Positionierung des Fahrrads und vereinfacht so den Beladungs- und Sicherungsprozess. Untere Klemmen sorgen dafür, dass Ihr Fahrrad nicht herunterfällt, während Schnellspanngurte die Räder fest in den elegant gestalteten Halterungen halten. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Schnellspannte Ram 50 Kilogramm pro 15 Kilogramm pro 15 Kilogramm pro